Da wir nun alle von zu Hause aus arbeiten, ist es noch wichtiger, dass wir alle auf den aktuellsten Stand sind. Bitte postet eure Updates jeden Montag im Channel. Und vergesst nicht, das ist eine Stresssituation für alle von uns. Also lasst uns das als Team anpacken. Wer Lust hat, postet gerne Bilder, Tipps oder lustige Geschichten im Remote Work Channel. Schon geschehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017